In diesem Grammatikvideo geht es um den Wunschsatz. Wunschsätze sind eine von fünf Satzarten im Deutschen. Ich erkläre dir, was das ist, wie du Wunschsätze erkennst und anwendest. Wunschsätze nennt man auch Desiderativsätze. Wäre es doch etwas wärmer, ist zum Beispiel ein Wunschsatz. Oder der Jubilar lebe hoch. Oder würde es doch endlich regnen. Man unterscheidet zwischen realen und irrealen Wunschsätzen. Was bedeutet das genau? Der reale Wunschsatz enthält oft keinen echten Wunsch, sondern fordert einen Zustand ein, der erreicht werden soll. Man nehme eine Prise Salz, ist ein Wunschsatz. Oder Gott sei Dank. Der irreale Wunschsatz stimmt zum Zeitpunkt der Äußerung nicht mit der Wirklichkeit überein. Der Wunsch scheint unerfüllbar zu sein. Hätte ich doch ein Rat. Wäre ich doch reich. Achtung! Ich wünsche mir ein Rat ist kein Wunschsatz, sondern ein Aussagesatz. Schauen wir uns den realen Wunschsatz an. Man nehme eine Prise Salz. Hier steht das finite Verb im Konjunktiv 1 und an zweiter Stelle im Satz. Nehme. Außerdem enden reale Wunschsätze entweder mit einem Punkt oder mit einem Ausrufezeichen. Gesine lebe hoch. Hier haben wir ein Ausrufezeichen. Und hier ist das finite Verb. Der reale Wunschsatz kommt in der Alltagssprache kaum vor. Er ist sehr, sehr selten. Der irreale Wunschsatz ist viel häufiger, deshalb schauen wir uns den genauer an. Wäre das Spiel doch besser ausgegangen. Wenn ich doch nur schneller gewesen wäre. Hier steht das finite Verb im Konjunktiv 2. Und zwar entweder an erster Stelle im Satz oder an letzter Stelle im Satz, wenn der Satz mit wenn beginnt. Erste Stelle. Letzte Stelle. Der irreale Wunschsatz, der endet immer mit einem Ausrufezeichen. Hier wird ein Wunsch deutlich ausgedrückt. Drei Kriterien für den irrealen Wunschsatz. Erstens. Wunschsätze stehen im Konjunktiv 2. Im Indikativ heißt das, Denise hat kein Handy. Die Wirklichkeitsform. Aber im Konjunktiv 2 hättest du sagen können, hätte Denise doch bloß ein Handy. Oder du könntest auch sagen, wenn Denise doch bloß ein Handy hätte. Das sind zwei Wunschsätze. Zweitens. Das Verb steht entweder am Anfang, hätte Denise doch bloß ein Handy. Oder am Ende des Wunschsatzes, wenn Denise doch bloß ein Handy hätte. Und drittens. Der irreale Wunschsatz endet mit einem Ausrufezeichen. Nochmal im Überblick. Beim realen Wunschsatz, dem seltenen, ist der Wunsch oft nicht zu erkennen. Das finite Verb steht im Konjunktiv 1 und an zweiter Stelle im Satzgefüge. Er endet mit einem Punkt oder Ausrufezeichen. Der Kater werde gesund. Im viel häufigeren, irrealen Wunschsatz wird ein Wunsch ausgedrückt, der in der Realität nicht erfüllt ist. Das Verb steht hier immer im Konjunktiv 2 und der Satz endet mit einem Ausrufezeichen. Wäre der Kater doch gesund. Wenn der Kater doch gesund wäre. Ein Wunschsatz bringt einen Wunsch zum Ausdruck. Er richtet sich nicht direkt an jemanden und fordert nicht unmittelbar zur Handlung auf. Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch ein Like. Schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Besonders freuen wir uns, wenn du das Video teilst.